Das wird ja noch. Wie kann man jetzt schon was über ein Spiel sagen, das zehn Jahre lang laufen soll? Das kommt alles in Ordnung, wenn der Day One Patch veröffentlicht wird, der erste DLC, der erste Cataclysm. Man kann ja jetzt das Spiel noch gar nicht beurteilen. Das ist gar nicht fair. Solche Kommentare habe ich immer wieder in den letzten Tagen unter unseren Beiträgen rund um Anthem gelesen. Aber Anthem ist da nur ein Beispiel. Sowas kann man auch bei anderen Service Games lesen, zum Beispiel bei Fallout 76 oder damals bei Destiny. Wenn ich aber sowas lese, denke ich jedes Mal, der Service Game Trick ist aufgegangen. Nichts gegen die grundsätzliche Idee, Spiele zu veröffentlichen und dann zu erweitern, zu verbessern, auszubauen. Also die Grundidee von Service Games. Aber sollte das Spiel nicht grundsätzlich erstmal als vollwertiges Spiel veröffentlicht werden, sollte nicht erstmal so viel Content drin sein, dass es eben auch seinen Vollpreis, für den es in der Regel verkauft wird, wert ist. Die Idee war doch nicht, Games as a Service als Entschuldigung dafür zu nehmen, dass der Release-Zustand schwach ist. Und wenn das doch die Idee war, dann war das eben ein Trick. Denn ich sehe in Kommentaren immer mehr, wie sich Kunden von den Herstellern vor den Karren spannen lassen. Dieses Beispiel mit denen, das Spiel kann man jetzt noch nicht beurteilen, das läuft ja jetzt erstmal zehn Jahre, ist sicherlich das krasseste. Und auch ich sage ganz klar, ich finde es super, wenn Spiele nach dem Release erweitert und vor allen Dingen verbessert werden. Aber das erwarte ich bei einem Vollpreisspiel. Also zumindest den verbessert Teil, über den erweitert Teil kann man noch streiten. Aber ich werde auf keinen Fall zu dem Punkt kommen, wo ich sage zu einem Vollpreisspiel am Release-Tag, hey, dich winke ich durch, weil deine Entwickler haben ja gesagt, da kommen ja noch Patches und da kommen noch Content-Updates. Dieses Verhalten, dieses sich vor den Karren spannen lassen und dieses Produkt, in diesem Fall das Spiel, zu verteidigen, ist ja auch an sich nichts Neues. Wir haben das schon lange vor den Service-Games immer wieder gesehen. Aber die Service-Games haben es jetzt hingekriegt, dieses Verhalten zu systematisieren, systematisch für sich zu benutzen. Dieses, hey, ich habe es mir jetzt gekauft, jetzt werde ich es auch toll finden, zum Standard zu machen. Und so war das eigentlich mit den Service-Games nicht gedacht. Der Service sollte eigentlich nicht vom Kunden in Richtung Hersteller gehen, sondern andersrum. Das Geld, das geht vom Kunden in Richtung Hersteller. Und das finde ich auch super. Ich bin ein großer Fan davon, dass Spieleentwickler bezahlt werden. Deshalb bin ich auch kein allzu großer Fan vom ganzen Free-to-Play-Modell. Aber das ist eine ganz andere Diskussion und hat ganz andere Level. Aber grundsätzlich die Idee, Spieleentwickler werden bezahlt von uns als Spieler, die ist super. Aber eben auch erst, wenn der Service stimmt. Und der Service sollte eben nicht sein, dass wir losstürmen und ein Spiel, das nicht rund veröffentlicht wird, das Content schwach veröffentlicht wird, verteidigen mit der Aussage, hey, das wird ja noch. Und ich könnte jetzt ganz traumtänzerisch sagen, Service-Games sollten grundsätzlich immer kostenlos veröffentlicht werden und dann repariert werden und um die Inhalte erweitert werden, die da vorher versprochen wurden. Und ein halbes Jahr später oder ein ganzes Jahr später zahlen wir dann dafür. Im besten Fall einen Vollpreis. Aber ich glaube, darauf lassen wir uns als Kunden nicht ein und ich glaube auch nicht, dass sich die Industrie darauf einlassen würde. Der Begriff Games as a Service sollte aber ein Qualitätsmerkmal sein, ein positives Versprechen und keine Ausrede.